Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge ETS 2 Multiplayer-Projekt. Ja und zwar, der ist kurz weg, der kommt glaube ich gleich wieder. Und wir fahren jetzt nach Vatislava mit Gabelstapler 11 Tonnen. Ja, das machen wir jetzt. Dann geht's hier weiter. So meine lieben Freunde, jetzt los. Eine Stunde, wenn nur fünf Minuten, da ist wieder rot, na toll. Will ich nicht vergessen. Weil sonst bekommt man Aue und das wollen wir ja nicht. So, los geht's. Ich bin natürlich wieder mit meinem Lenkrad, dem E29 und jetzt machen wir weiter. Ich bin jetzt noch ein paar. Oh! 8.18 Uhr. Wo geht's dahin? Ja, am Zielange. Ja. Ich wollte mir nur bei euch bedanken für die tolle Unterstützung und für die Abos. Es hat einfach die beste Community gibt. Das macht mich sehr kurzab. Weiter so. Als nächstes nehme ich mir die fünf Abos. Wenn wir die erreichen, dann eine große Palosu. Ich wollte mich noch einmal bei euch bedanken. Ich habe das eine große Musik für die Abosuhr. Ich habe es nicht mehr so viele von mir herausgelegt. Ich habe es nicht mehr so viele. Ich habe es nicht mehr so viele mit mir. Ich habe es nicht mehr so viele von mir. Ich habe es nicht mehr so viele mit mir. Ah, bitte. Achtung. Achtung. Barmes zu gehen. Dahin. Barmes zu gehen. Falls Sie Fragen haben. Äh, zu. Dann könnt es gerne in die Kommentare schreiben, dann beantworte ich sie. Behalte ich sie. Schauen wir einmal weiter. 60 Kilometer, aber 50 Meter. Sagt er uns. Immer freundlich ist dein Amts. Wer ist denn, lieber? Einer hat. Ich habe gerade gestanden. Dann fahren wir mal. Ich bin mir am überlegen, ob ich mal einen Community-Streme mache, oder... Ah ja, den KMH gleich 300 Euro, das ist grüne Spalzerie. Ja, ist egal, was ich jetzt sagen wollte, aber ich bin mir am überlegen, ob ich mal mit euch zusammen eine Runde ETS spielen will im Multiplayer, weiß, wer Interesse hat, kann es gerne in die Kommentare schreiben und natürlich, wenn wir jetzt dann, äh, sammenspielen, dann nehme ich natürlich auf, dann kommt die Folge auch auf YouTube, ja. Das wollte ich noch groß werden. Es ist noch 8 Kilometer, um 3.39 Uhr kommen wir Ingame-Uhrzeit an, 5 Minuten. Ok. 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 Fünf Minuten noch, zwei Kilometer, das haben wir. So, bekommen wir unser Fett wieder. So, dann blieb, da ist auch schon, falsch die Beine, raus, 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 dann fahren wir weiter. So, die hier, oh, 90, Gangrund, jeden Gang können wir anfahren, auf der 400-Fu, der ist Mercedes-Express-Express-Express-Express-Express-Express-Express-Express-Express-Express-Express-Express-Express-Express-Express-Express-Express da können wir nach außen abholen, dann lass das durch, dann drüben, 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 So, dann stoßen wir wieder gerade nicht. Geht's da hin? So. Machen wir D, dann bekommen wir unser Geld. Tausend, danke dafür. Passt auch, dann würde ich sagen, das war's auch schon wieder aus dem ETS. Dann sage ich danke fürs Zusehen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Vergesst natürlich nicht, wenn es euch gefällt, den Daumen nach oben da zu lassen, schreibt einen netten Kommentar und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ciao, hart rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.